Jo Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, beziehungsweise einen wunderschönen guten Tag. Der ein oder andere hat sich schon bei mir gemeldet, warum bist du im Moment nicht unterwegs, warum postest du nichts oder warum gibt es nur alle zwei Wochen ein Video auf YouTube. Also der Grund ist, ich habe halt im Moment einen Rahmenbruch und mit diesem Rahmenbruch bin ich nicht unterwegs, will ich nicht und ich will auch nichts riskieren. Genauso wenig will ich alle drei Tage irgendeinen Kumpel fragen, ob ich mir ein Bike leihen kann und dementsprechend bin ich halt gar nicht unterwegs. Trotzdem habe ich aber weiterhin Bock auf Videos, ich will mit euch weiterhin connected bleiben und für euch was machen. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, nächste Woche Sonntag um 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal live zu gehen, mit euch einen schönen Abend zu verbringen. Schreibt gerne mal unten irgendwelche Themen rein, die euch interessieren, irgendwelche Fragen oder worüber wir quatschen können. Es soll also nichts Verkrampftes werden, einfach einen lockeren Abend. Ihr könnt auch an die eingeblendete E-Mail-Adresse eure Videos oder euren YouTube-Kanal schicken und wir gucken uns gemeinsam eure Videos an. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Ist für mich komplettes Neuland, ich bin gespannt wie das wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Biken. Wir sehen uns.